Willkommen zurück beim Tern-Konflikt. Wir hängen in Montalain, weil der Herr Jok-Kiram... Gibt es etwas, womit Sie kommen? Ich übertrage jetzt die Daten. Sind Sie an dem Job interessiert? Eliminieren Sie für durchschnittlich 1,1 Millionen? Das ist eine Karacke. Bestimmt. Eingehende Nachricht. Pirat, Karacke. Gut. Jetzt wollen wir aber mal gucken, wie war das mit Trantor? Weltall-Wolk-Basis fliegt zu Sektor Trantor. Genau. Weil wir in Trantor... ...finden auf Sektorkarte... ...alles neu gemacht haben. Und jetzt versuchen, den Rest anzubinden. Okay. Dann machen wir jetzt unsere Kampfmission. Schiff-Jot... ...Latners Hügel... ...Latner Macchiato... Ähm... ...Ene, me, ne, mu... ...das Rest her bist du. Jawoll. Und jetzt geht's los. Erst den Kleinkram besiegen... ...und dann die Großen. Erreiche System... ...Aladners Hügel. Osttor. Welche Reichweite hat man meine Raketen? ...Espenstrakete installiert. 24 Kilometer. Hm. Ob wir es mal riskieren? Was hat denn die kleinen Raketen? ...Espenstrakete... ...Poltergeistrakete installiert. 12 Kilometer. Na ja, dafür habe ich keinen Platz. ...Espenstrakete installiert. Okay, wir machen folgendermaßen. Ich schieße zwei Raketen von hier aus ab. Und springe dann rüber. Der kriegt ja schon die Hucke voll. So, 24 Kilometer haben wir gesagt. Asteroid. Pirat, Bussert, Pirat, Zentaur, Pirat, Bu- Pirat, Zen- Pirat, Karake. Jetzt. Sprungantrieb wird geladen. 10 Prozent, 20, 30, 40, 50 Prozent, 60, 70, 80, 90. Iniziere Sprung. Erreiche System, Aladnas Hügel, Pirat, Zentaur. Ein Zentaur, bitte. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Wir glauben unseres Präsidenten und Senators, dankt Ihnen die Aragonische Föderation, für Ihre Hilfe gegen diesen reiten Kampflug. Batschieber geht. Batschieber geht. Pirat, Karake. Wo ist sie nahe? Wo ist sie da? Espenstrakete entfernt. Poltergeistrakete installiert. Oh. Poltergeistrakete. So, jetzt muss man mal ein bisschen beschäftigen. Geschwister installiert. Poltergeist installiert. Geschwister geht. Alles klar. Poltergeistrakete installiert. Poltergeistrakete. 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 Tschüss. Ah, meine Schilder. Ich halte nicht mehr viel durch. Gut. So. Poltergeist-Rakete installiert. 9 Kilometer. Ich probiere es nochmal. Also. Ah, verdammt nochmal. Poltergeist-Rakete installiert. So, tschüss. Darum kümmerst du dich jetzt mal. Die Waldfee, die kamen durch. Poltergeist-Rakete. Oh, wir sind viel Raketen unterwegs. Aber gut. Ah, guck mal, was hier rumfliegt. Alles klar? Mein Besitz. Plünderhannes. Kein Ziel. Plünderhannes, da ist er. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Springe in Sektor. Alle hat das Hügel. Wo sind wir am Südtor, wa? Nee, am Osttor. Kommando akzeptiert. Gut. Weil der ist auf Sektorkarte und der hat nichts mehr einzusammeln. Genau. So. Hat doch gut funktioniert. Da kommt Plünderhannes. Mistral, Superfrachter. Kommando, Kommandokonsole, Spezial. Sammle Waren im Sektor. Viel Spaß. Kommando akzeptiert. Gut. Jetzt brauchen wir mal wieder einen Transporter, der uns neue Raketen besorgt. Gespenstrakete installiert. Wir haben noch 13 Stück. Hier sind ihre eine Million Credits. Okay. So. Mein Besitz. Wie können wir denn losschicken, um uns Raketen zu holen? Skabat. Sektorhändler. Omikron. Siliziumine. Oh, der ist in Tranto angekommen. Sehr gut. Äh. Händler Terana. Universumshändler. Eclipse. C4. Kampftender. Wie viel Platz hast du, mein Freund? 1. 1. 12. 1600 Energiezellen. 1. Feuersturmtorpedos. Wespenraketen. Ok. Pass auf. Achso. Wolkenbasis Südost. Kommando, Kommando, Konsole, Navigation, Docker an. Du fliegst nach Trantor. Okay. Lieferst dann Energiezellen ab und danach holst du mir neue Raketen. Und wir fragen mal, was die OTAs von uns sind. So. Waffen deaktiviert. Erreiche System. Heimat der Legende. OTAs Hauptquartier. OTAs Hauptquartier. Die haben mir doch eine Nachricht geschickt. Ja. Kampfmission wollen sie haben. Ein erster Symbol. Na gut. Dann machen wir eine Kampfmission für die OTAs. Was sind wir da jetzt? Schlachtfeldagent 28%. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen. Verbindung zum Örtlich. Gibt es etwas, womit ich... Sie kommen wie gerufen. Sind Sie an dem Job interessiert? Eliminieren Sie Mullah Ho. Kontaktpersonen 26 Minuten. Ich übernehme. Eingehende Nachricht. Äh. Militärische Außenposten in Aladnas Hügel. Wo ist denn der? Da. Eingehende Nachricht. Osttor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. In Energiezellen. Transferiert. Das habe ich geschafft. Erreiche System Aladnas Hügel. Okay. Produktionskomplex schwere Waffen. Produktionskomplex mittlere Waffen. Alpha. Da ist er. Militärische Außenposten. So, da werden wir mal ganz schnell den Kampftender. Kommando. Kommandokonsole. Navigation. Springe in Sektor und fliege zu Station. Aldrin. Da unten. Und die Station war? Hier. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Jo. Danke. Erhalte Zusatzinformationen für Datenbank. Ja. Alte Zusatzinformationen. Wo sind sie? Töte Mularo in Montalá. Shit. Anni, unser Kampftender war ja woanders. Ene, me, ne, mu. Südher bist du. Sprungantrieb wird geladen. 10% Poltergeistrakete installiert. Erreiche System. Montalá. Erreiche System. Montalá. Pirat. Karake. Am Osttor. Sprungantrieb wird geladen. 10% 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, initieres Sprung. Kann der mir nicht bei der Karake helfen? Erreiche System. Montalá. Pirat. Karake. Guten Morgen. Silizium Pirat. Adler. Dann machen wir mal den Adler platz. Guten Morgen, Herr Adler. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ja. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, 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 oh. Nicht so hastig, mein Freund. Pirat, Karakir. Jetzt du. Daneben. Sie verlässt Feuerreichweite. Damit rechne ich. So. Happy Birthday. Mal sehen, was durchkommt. Und ich begebe mich jetzt auf die andere Seite. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Komm, oh, jetzt kommt das Abwehrfeuer. Aua, aua, aua. Ich bin schon auf dem Feuerreichweite. Ich bin schon auf dem Feuerreichweite. So. Bums, die ging durch. Nein, 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 nicht treffen. Ja, die ging durch. Okay. Gut, also bringt das nicht Massen, sondern ich muss kurz bevor ich abdrehe, die Raketen wegballern. Benji, Mantis, Projektilkanur, Munition. Nichts von Bedeutung. Gut. Jetzt sind wir ein Schlachtfeldagent mit 43%. So, dann müssen sich jetzt mal unsere Schilde wieder aufladen. Und ich würde sagen, nächstes Mal machen wir die Missionen hier. Aber dazu springen wir zum Südtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50, 50, 50, 60, 50, 60, 80, 80, 80, 80, 80, 90. Ich iniziere Sprung. Siliziummine, M, Beta. Erreiche System, Montalara. Gut. Siliziummine, M, Beta. Dann würde ich sagen, suchen wir uns mal einen aus. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Gibt es etwas, womit schön, dass Sie vorbe... Diese Mission sollte simpel werden. Sind Sie daran interessiert? Und es ist einfach. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Was soll das sein? Ich hätte da nicht verschlüsselt jetzt die Daten für die Übertragung. Beschützen Sie sehr einfach und... Sie sprechen mit dem Automatisierten. Welcher Teufel? Ich bin froh. Übermittele jetzt die Informationen. Sind Sie interessiert? Eine Patrouille in sehr schwer. Äh, machen wir nicht. Ist mir zu einfach. Dann würde ich lieber sagen, gucken wir mal, wie es Trantor geht. Und versuchen dort weiterzukommen. Und bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.